Ich blicke heute mit großem Ärger, wenn ich ehrlich bin, auf eines der großen Vorhaben, was wir hier in Mainz in den kommenden Jahren angehen wollen, der Biotech Campus, der einer der weltweit Führenden sein soll. Eine einmalige Chance für Mainz auf der Biontech-Welle, nenne ich sie jetzt, einfach mal mitzusurfen und hier wirklich Unternehmen anzusiedeln und Mainz in diesem Bereich zu einer Weltmarke zu machen. Die Pläne dafür sind aufgesetzt, das Areal ist gefunden, es ist angelaufen und was machen wir? Der erste Ausschuss, der Bau- und Sanierungsausschuss, stimmt dagegen und das erste Bauprojekt scheitert direkt im ersten Entwurf, das kann es nicht sein aus meiner Sicht. Das ist eine fatale Außenwirkung an alle sich an diesem Standort interessierenden Unternehmen, an die Politik. Und wir reden hier nicht nur von der Mainzer Politik, hier geht es auch um internationale Entscheidungsträger, um Bundespolitik, die in diesem Punkt nach Mainz gucken. Und wir bekommen es beim ersten Bauvorhaben nicht hin, das durchzubekommen. Das hat zum einen die Dimension der politischen Entscheidungsträger an der Verwaltung. Natürlich ist das Baudezernant und Marianne Krosse in der Pflicht, diesen Prozess transparent und sauber offen zu legen, zu planen und einem Ausschuss vorzulegen, dass der sich voll informiert fühlt und natürlich auf dieser Basis eine Entscheidung treffen kann. Aber ich appelliere wirklich auch an die Ausschussmitglieder, natürlich keine Entscheidungen aus einer Hektik oder aus einem Druck heraus zu treffen, sondern dass sie gucken, dass wir das große Ganze im Blick behalten und wir uns jetzt nicht wirklich im Klein-Klein verheddern und deswegen den Schwung dieses wegweisenden großen Projektes gefährden, wenn wir jetzt tatsächlich schon bei der Höhe des ersten Gebäudes so ein Trara bekommen. Allerdings muss man sagen, ist das jetzt auch die erste Bewährungsprobe für den Neuen Mainzer Oberbürger Nino Hase, der direkt mal nach seiner Amtseinführung am 22. März dort einen Flock einschlagen kann und tätig werden kann. Ich bin sehr gespannt, wie es an der Stelle weitergeht. Aber mein Appell ist einfach nur an die politischen Entscheidungsträger, sei es in der Verwaltung als auch in den Ausschüssen oder später im Stadtrat, gefährdet dieses große Ziel nicht und diese einmalige Chance, die wir hier gerade in Mainz haben und verheddert euch nicht im Klein-Klein, sondern guckt, dass der Planungsprozess ordentlich aufgesetzt ist und dass wir zu klaren Entscheidungen kommen, um unser großes Ziel zu erreichen.